Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Videopodcast Streitpunkte. Das ist das Diskussionsformat der Braunschweiger Zeitung. Heute begrüße ich ganz herzlich Herrn Bernd Osterloh. Herzlich willkommen, Herr Osterloh. Vielen wird er bekannt sein. Er ist der ehemalige Chef des Volkswagen Betriebsrats, später Personalvorstand MAN, jetzt im Unruhestand und noch allerbestens mit der Automobilthematik befasst. Mein Name ist Andreas Schweiger. Ich verantworte die Wirtschaftsberichterstattung der Braunschweiger Zeitung. Und unser Thema heute, wie könnte es anders in diesen Zeiten sein, ist die Lage der Industrie, der Automobilindustrie in Deutschland als tragende Säule der deutschen Wirtschaft. Herr Osterloh, ein sehr ernstes Thema im Moment. Nicht nur VW-Krise, schwer. Auch BMW hat jetzt jüngst die Prognose nach unten angepasst, hat Probleme. Ist die deutsche Autoindustrie am Ende? Ja, erst mal, Herr Schweiger, schönen Dank für die Einladung. Ist die deutsche Automobilindustrie am Ende? Das würde ich so aus meiner Sicht nicht sagen. Das Thema ist natürlich, man hat sehr stark, und das ist ja nicht nur BMW, auch Daimler hat sehr stark und natürlich auch Audi auf hochpreisige Fahrzeuge gesetzt. Und hochpreisige Fahrzeuge lassen sich natürlich dann, ob das Verbrenner ist oder E- oder Hybrid, lassen sich dann natürlich gut verkaufen, wenn die Zinsen niedrig sind. Weil größtenteils sind die Fahrzeuge heute entweder kreditfinanziert oder geleased. Und natürlich bei hohen Leasingraten oder hohen Kreditzinsen sagt der Kunde natürlich, er fällt uns nicht so, ist zu teuer, muss man ganz deutlich sagen. Und das ist natürlich auch, das merken wie gesagt gerade die Hersteller mit großen Autos, mit hochpreisigen Fahrzeugen. Und das führt eben dazu, dass der Absatz da zurückgegangen ist. Ich glaube, ich muss nicht sagen, das lese ich ja jeden Tag in der Zeitung, Volksbank zurzeit kein E-Auto unter 20.000 Euro im Angebot hat. Aber ich glaube, das ist nicht die Krise der deutschen Automobilindustrie, weil ich fest davon ausgehe, dass so ein Auto wie der Volksbank E, der mal unter 20.000 Euro kommen soll, nicht in Deutschland gebaut wird. Weil natürlich die Gesamtkosten, wir können ja gleich nochmal über Energiepreise reden und so weiter und so weiter, glaube ich, das nicht zulassen werden. Aber so wie Sie das ausführen, da könnte man ja Schlussfolgern, hat die EZB, die Europäische Zentralbank mit ihrer Zinspolitik, trägt die Hauptlast der deutschen Autokrise? Oder ist da einfach in den Vorstandsetagen nicht richtig aufgepasst worden? Ja, natürlich ging es jetzt erstmal darum, Sie haben mich gefragt, krisiert es und dann sage ich erstmal, was natürlich der Absatz auch was mit Finanzierung oder Leasingraten zu tun hat, gerade wie gesagt im Hochpreissegment und natürlich auch in der Dienstwagenflotte und so weiter und so weiter. Die Krise in der deutschen Automobilindustrie hängt sicherlich damit zusammen, dass der Markt rückläufig ist, um ungefähr zwei Millionen Fahrzeuge. Jährlich. Jährlich, jährlich zwei Millionen Fahrzeuge. Als Folge von Corona noch oder nach Corona ist es nie wieder so. Nein, das ist eine Wettbewerbssituation. Ich glaube auch, die ganze Diskussion um das Thema Auto, um das Thema Belastung der Umwelt, glaube ich schon, hat dazu geführt, dass weniger Autos gekauft werden. Also ein Sinneswandel in der Käuferschaft. Das Fahrzeugalter ist auch wieder höher geworden, das kann man ja auch immer sehen. Wie ist das Durchschnittsalter der Fahrzeuge? Ich glaube, das ist natürlich auch wieder gestiegen. Wie gesagt, Finanzierung, dann natürlich auch die Kostensituation insgesamt, das ist alles teurer geworden, das Thema Inflation. Und das führt natürlich dann auch zu einer Kaufzurückhaltung. Wir haben ja nicht weniger Menschen im europäischen Wirtschaftsraum, sondern die Nachfrage ist geringer. Und da gibt es sicherlich viele Gründe, warum die Nachfrage geringer ist. Da kann man nicht einfach so sagen, es liegt daran, daran oder daran. Aber wie gesagt, wir haben auch eine Konkurrenzsituation. Es kommen andere Marken auf den europäischen Markt. Zurzeit stehen die alle noch in Bremerhaven, im Hafen. Da kann man, wenn man das auf Google mal eingibt, Bremerhaven, dann sieht man im Endeffekt ein bisschen Zoomen. Dann kann man auch sehen, wie viele Autos da zurzeit stehen. Es ist ja nicht so, dass die Chinesen jetzt alle schon auf dem Markt sind mit ihren Fahrzeugen in Deutschland oder in Europa. Aber sie sind auf jeden Fall da und bieten natürlich zu interessanten Preisen an. Und da müssen wir natürlich auch als deutsche Automobilindustrie eine Antwort drauf haben. Ja. Ist denn die zentrale Antwort tatsächlich an der Preisschraube zu drehen, günstigere Modelle anzubieten in Deutschland? Also wie gesagt, es ist sehr facettenreich. Es gibt immer Menschen, die sagen, ich brauche ein Auto unter 20.000 Euro. Gibt es ja auch relativ wenig Verbrenner übrigens. Ich wundere mich dann immer, wenn da gesagt wird, wir brauchen ein Auto unter 20.000 Euro. Wie viele Verbrenner gibt es denn heute noch unter 20.000 Euro? Und wenn man sich mal die Rohstoffpreisentwicklung anguckt, gerade beim E-Auto, dann weiß man natürlich, und natürlich auch andere, sage ich mal, Parameter und Einflüsse, dann sieht man natürlich, dass das eine relativ anspruchsvolle, Aufgabe ist tatsächlich zu sagen, ich baue ein E-Auto unter 20.000 Euro. Ich persönlich glaube, in Deutschland wird das nicht möglich sein. Nein, das ist sehr absehbar. Da muss man Mittelosteuropa gucken, ob es da dann die Möglichkeit einer Produktionsstätte gibt. Oder man guckt in Richtung Nordafrika oder meinetwegen auch China. Aber da ja gerade die Diskussion geführt wird, dass chinesische Produkte demnächst mit Strafzöllen belegt werden sollen, dann ist natürlich die Frage auch, rentiert sich das? Aber wie gesagt, meine Meinung, und ich rede nur von meiner Meinung, das wird relativ schwierig, glaube ich. Ja, das ist zumindest sehr anspruchsvoll. Was wäre denn aus Ihrer Sicht das geeignete Mittel, um jetzt diese Krise zu überstehen? VW tritt brutal auf die Sparbremse, setzt auf Kostenreduzierung. Die Folgen, die haben wir ja alle in den letzten zwei Wochen sehr anschaulich vor Augen geführt bekommen. Die Beschäftigungssicherung ist gefallen. Werkschließungen, betriebsbedingte Kündigungen sind in der Diskussion. Ist das das Mittel oder braucht es auch da ein breiteres Instrumentarium? Also ich blicke jetzt auch mal auf die Politik. Angekündigt ist jetzt zum Beispiel schon Dienstwagen, wieder Elektro-Dienstfahrzeuge zu fördern. Was wäre aus Ihrer Sicht der richtige Weg? Also was mich persönlich wundert, ich habe das ja, ich verfolge ja viel, sage ich mal, die veröffentlichte Meinung. Ich gucke viel in Chats. Und dann wird ja mal gestanden, warum will man jetzt der Automobilindustrie sozusagen noch den Hintern vergolden, indem man eine E-Mobilitätsprämie zahlt. Das Oberverwaltungsgericht in Berlin, Brandenburg, hat entschieden, und der VCD hat ja da gegen die Bundesregierung geklagt, und die Bundesregierung hat übrigens den Prozess verloren, dass eine der Maßnahmen zum, ich glaube, Klimareinhaltungsgesetz heißt das ganz genau, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, so in dieser Richtung ist der Titel, dass ein Bestandteil dieses Gesetzes war, um im Endeffekt die Grenzen einzuhalten, eine Förderung von E-Fahrzeugen. Die hat man jetzt einfach aufgekündigt. Sehr kurzfristig. Sehr kurzfristig aufgekündigt. Und wenn ich das sehe, dann weiß ich natürlich, das Gericht hat ja, das ist ja ein Oberverwaltungsgericht, das hat dann entschieden, die Regierung hat da falsch gehandelt. Und das ist für mich unter anderem ein Kaufanreiz, und das fordert ja auch die IG Metall und der Betriebsrat bei Volkswagen, ist unter anderem ein Kaufanreiz, um wieder verstärkt E-Fahrzeuge zu kaufen. Der Deckungsbeitrag, ich sage das nochmal, der Deckungsbeitrag, also das, was tatsächlich am Produkt überbleibt, ist beim E-Auto geringer als bei den Produkten, Deutlich geringer, glaube ich auch. Deutlich geringer als bei den Produkten, die wir hier in Deutschland produzieren, oder meinetwegen auch im Ausland produzieren, und dann vermarkten oder verkaufen. Das muss man ganz deutlich sagen. Und wenn ich dann immer sehe, wir brauchen natürlich Geld um die Investitionen, neue Batterietechnologie, neue Produkte, größere Reichweite, meinetwegen auch das ganze Thema Feststoffzelle, um das im Endeffekt dann auch finanzieren zu können, brauchen wir natürlich auch Geld, dass man den Autos verdient. Das ist nicht ganz einfach. Genau, aber da kann ja die Förderung nur ein Baustein sein. Ja, das habe ich gesagt, ist ein Baustein, aber für mich natürlich ein ganz wichtiger, weil man kann natürlich sehen, nachdem die Förderung weggefallen ist, dass es einen ganz klaren Kaufrückgang gab. Und gut, wenn ich das natürlich mit den Zahlen vergleiche, wo im letzten Jahr noch sehr viele Fahrzeuge verkauft sind, ist natürlich auch erklärlich, warum jetzt zumindest aus meiner Sicht der Absatz nicht mehr ganz so stark ist. Ein weiterer Baustein ist ja vom Unternehmen, wir blicken jetzt mal auf Volkswagen, eingeleitet worden. Gäbe es dazu eine Alternative aus Ihrer Sicht? Damit meine ich jetzt das beschriebene Szenario, Aufkündigung der Beschäftigungssicherung, massive Kosteneinsparungen. Ja gut, ich bin nicht immer bei Volkswagen tätig. Ist klar. Herr Schweiger, das wissen Sie. Ich kann das nur aus der Vergangenheit mir angucken. Und ich glaube, eines der Probleme, die wir haben, dass wir keine Hybride angeboten haben mit großer Reichweite. Das hat Daniela Cavallo ja auch schon angesprochen. Ja, die Betriebsratsvorsitzende, wäre es nicht wahr. Ja, genau. Daniela Cavallo, die Konzernbetriebsratsvorsitzende vom Volkswagen, das hat sie auch angesprochen. Und ist doch klar, wenn du ein E-Auto hast mit 50 Kilometer, Entschuldigung, ein Hybriden mit 50 oder 70 Kilometer Reichweite und hast jetzt auf einmal einen mit 135 im Passat und im Golf, dann sind das natürlich Werte, wo ich sage, ja, da kann ich ja fast eine ganze Woche in Häkchen, wenn ich nur in der Stadt unterwegs bin, mitfahren. Und irgendwie ist es, sage ich mal, der Regierung, den Unternehmen, den Organisationen nicht gelungen, den Menschen klarzumachen, dass ein E-Auto eigentlich bei dem, für was wir das brauchen, und da gibt es ja Statistiken, 90 Prozent der Leute fahren nicht mehr als zwischen 30 und 50 Kilometer am Tag, dafür wäre ein E-Auto ohne weiteres reichen. Das ist nicht rübergekommen, Punkt eins. Punkt zwei ist, nicht alle Menschen, das sage ich noch mal, und das ist für mich so ein Argument, leben in Berlin oder in Hamburg oder in München. Und gerade wenn ich übrigens in Berlin lebe, da kenne ich auch so die eine oder andere Straße, da steht dann übrigens gar keine Ladesäule, da findest du nicht mal einen Parkplatz für dein Auto. Also dieses ganze Thema E-Mobilität und da kann, ich habe heute Morgen gerade wieder bei LinkedIn eine Menge Kommentare gelesen, auch zu dem ganzen Thema E-Fahrzeuge, da muss man ganz deutlich sagen, es ist einfach nicht gelungen rüberzubekommen, dass die normale Anwendung eigentlich mit dem E-Fahrzeug komplett ausreichend ist. Um den Menschen dann die Angst zu nehmen, hätte ich eine Hybride mit größerer Reichweite machen müssen, das habe ich nicht gemacht und das ist natürlich das große Problem. Kommen jetzt, das heißt unsere, die neuen Autos von Volkswagen kommen auch mit einem neuen Design, was ich persönlich sehr gut finde. und Volkswagen hat natürlich auch zumindest bis zum Jahr 2015 sehr stark für eine gute Qualität gestanden, wo man immer mit einem höheren Preis erzielt hat. Auch dieses Thema, muss ich sagen, da kümmert sich der heutige Vorstand sehr intensiv drum, die Fahrzeuge werden besser und ich finde dieses Thema 50 Jahre Golf ist für mich ein gutes Beispiel, wo man sagen kann, okay, da geht es in die richtige Richtung. Ein gutes Produkt mit einer guten Qualität auch wieder, sag ich mal, dann an den Mann und an die Frau zu bringen, um zu sagen, okay, kauft euch ein Volkswagen-Produkt. Der Produktanlauf Golf 8 und auch der parallel laufende Produktanlauf ID.3 seinerzeit, die sind ja beide in die Hose gegangen. Es gab massive Softwareprobleme, Qualitätsprobleme. Wirkt das noch nach? Ist das ein Bestandteil dieser Großwetterlage jetzt? Das glaube ich, nein, also das ist behoben, das war natürlich, aber das ist behoben. Ja, das ist behoben, aber es war natürlich ein Image-Schan. Also es war für einen Golf ein Image-Schan und deswegen finde ich es natürlich auch gut, wie man es jetzt gerade macht, also wirklich dieses Thema wieder aufzuwerten. Ich fahre auch gerade einen Golf, leider ein Produkt, was es demnächst nicht mehr geben wird oder nicht mehr gibt, einen GTD, wie ich gesagt habe, wenn schon Diesel dann auch ordentlich motorisiert. Aber da merkt man schon, sage ich mal, an dem Produkt, aber auch speziell jetzt an dem Nachfolger, also mit dem 50-Jahre-Golf, dass das wirklich ein super Auto geworden ist und dass da eine Menge Detailliebe wieder drin steckt und ich glaube, das ist ganz gut. 2019, glaube ich, war das Golf 8-Anlauf und auch ID.3-Anlauf war sicherlich nicht imagefördernd und da gab es ja diesen Slogan, das Produkt reift beim Kunden, wie mit der grünen Banane. Ich glaube, das war nicht gut und deswegen finde ich es natürlich auch gerade die Aktivitäten des heutigen Vorstandes sehr, was das Thema Produkt betrifft, sehr gut und sehr richtig, dass man genau in diese Richtung geht. Und ich glaube, auch die neuen Design-Modelle, die man jetzt sieht, zumindest aus meiner Sicht kann man sagen, tolle Autos, wenn die dann kommen. Ja, wie ernst ist denn die Situation bei Volkswagen aus Ihrer Sicht tatsächlich? Also nochmal, die Ankündigungen, die sind ja sehr drastisch. Man kann das durchaus als Tabubuch bezeichnen. Nach 30 Jahren wird die Beschäftigungssicherung gekündigt. Ist das sozusagen ein Instrument, um die Situation, den Ernst der Lage zu verdeutlichen? Denn hinter dem Aufkündigen der Beschäftigungssicherung steckt ja erstmal kein Automatismus, dass es zu betriebsbedingten Kündigungen kommt. Also wie ernst ist es tatsächlich aus Ihrer Sicht, auch wenn Sie nicht mehr im Unternehmen sind? Also ich glaube schon, hatte ich bei Ihnen in der Zeitung ja auch gesagt, ich glaube, die Lage ist ernst, man sollte sich Sorgen um Volkswagen machen. Ich glaube aber nicht, dass, wie soll ich das sagen? Ich glaube nicht, dass es nicht in Verhandlungen zu lösen ist. Ja. Nicht in Verhandlungen zu lösen ist. Aber ich glaube, es ist ähnlich schwierig wie 1994, aber mit den Maßnahmen von damals leider nicht zu heilen. Also nur eine Vier-Tage-Woche würde da nicht helfen. Das will ich auch nochmal sagen. Ich finde das dann immer spannend, wenn man gesagt hat, wir füllen jetzt die Vier-Tage-Woche ein. Also ich glaube, und das ist ja zumindest auch aus den Statements von Daniela Cavallo und aber auch von den Vorständen klar geworden, im Endeffekt, wenn zwei Millionen Autos fehlen und wir haben 25 Prozent Marktanteil, dann heißt das, es fehlen 500.000 Autos. und 500.000 Autos, sagt der Vorstand, sind dann mathematisch zwei Fabriken. Oder das Werk Wolfsburg. Oder das Werk Wolfsburg, was eigentlich eine größere Kapazität hat. Aber wie gesagt, das ist schon, glaube ich, genau vom Maßstab her, also damals die Bedrohung mit 30.000 Menschen in 1994, wo ich ja sehr intensiv daran beteiligt war, ist eine ähnliche Situation. Also wie gesagt, mit den Maßnahmen, mit einer Vier-Tage-Woche sicherlich nicht, sage ich mal, ohne weiteres in den Griff zu kriegen. Aber wie gesagt, mir geht es auch um dieses Thema, ich habe ja den Eindruck im Endeffekt, alle Menschen, die daran beteiligt waren, die auch schon länger in Funktion sind, und damit meine ich jetzt nicht gerade die Arbeitnehmerseite, da gibt es ja Menschen, die sind schon länger dabei und die haben diesen Weg speziell von 2015 bis 2022 ja mit begleitet. Ja. Also es ist ja ein größeres Problem bei Volkswagen und Nordamerika ist nicht ganz einfach, China ist nicht ganz einfach, Europa ist nicht ganz einfach. Wir reden natürlich bei Volkswagen über den, sage ich mal, über die minderen, über das gesunkene Nachfragevolumen. Der insgesamt zwei Millionen Fahrzeuge, aber das ist schon nicht ganz einfach, das muss man ganz deutlich sagen. Ja, damit spielen Sie ja auch auf den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, Herrn Dies, an, der 2022 ausgeschieden ist. Ich frage mich immer, jetzt beispielhaft nenne ich mal das Auto. Herr Schweiger, ganz kurz, das haben Sie gesagt. Das habe ich gesagt. Ich bringe das nur mit der Jahreszahl. Ich habe das nicht in den Mund genommen. Ich habe ja auch gesagt, es gibt ja noch andere, für die das begleitet haben. Ich nenne mal beispielhaft das Modell ID.Bus. Da ist zur Markteinführung gesagt worden, wir wollen 120.000 Stück davon im Jahr verkaufen. Letztes Jahr waren es keine 30. Und in diesem Jahr sieht es nicht viel besser aus. Führen Sie das tatsächlich jetzt auf die konjunkturelle Lage zurück oder ist da auch was falsch gemacht worden? Denn der ist ja mit, das muss ich nochmal ergänzen, der ID.Bus ist ja mit enormen Vorschusslorbeeren gestartet. Also da muss ich ganz offen sagen, müssen Sie die Marketingabteilung mit dem Vertrieb fragen. Also ich bin ja mit jemandem befreundet, der im Handel arbeitet oder der daran beteiligt ist und der fährt selber einen ID.Bus. Und ich bin mit dem Auto auch schon mitgefahren und auch selber gefahren. Ich finde das Produkt natürlich super, muss ich ganz offen sagen. Das ist natürlich wie bei allen Sachen, ich glaube, das kann ich so deutlich sagen, wie es gab ID.Bus zurzeit Leasingraten vor gleich drei Monaten für 400 Euro. Da ist das im Endeffekt sehr gut vermarktet worden, das Produkt. Als die Leasingraten bei 800 lagen, war es nicht ganz so gut. Und ich komme immer wieder dazu, natürlich muss das Unternehmen an dem Auto auch was verdienen. Es hilft ja nichts, wenn man Geld in Sancho verhält. Aber ich sage mal, diese Leasingrate für 399, das war übrigens beim ID.3 genauso. Also ID.3 sind Bestandsfahrzeuge mit einer relativ geringen Leasingrate wirklich sehr gut vermarktet worden. Und das spielt schon eine Rolle. Also weil, wie gesagt, der Kunde entscheidet. Natürlich entscheidet der Kunde. Du hast dich ja bisher gegen das Auto entschieden. Zumindest in einer breiten Masse. Ja, gucken Sie auf den Bruttolistenpreis und dann wissen Sie im Endeffekt, was das heißt. Ja. Und ich meine, ich habe 1977 bei Volkswagen angefangen. Da hat ein Golf 8000 Mark gekostet. Das wären heute 4000 Euro. Da hat sich ein bisschen was verändert. Das muss man ganz einfach sagen. Ja, das stimmt. Natürlich haben wir das ganze Thema Inflation und so weiter. Aber was ist denn der Schluss daraus? Wir können ja jetzt nicht sagen, wir, also theoretisch könnten wir es, aber das kann ja nicht das Ziel sein, dass wir sagen, wir geben die ganze Produktion nach außen, da wo es günstiger ist und beschränken uns darauf, hier in Deutschland nur noch Entwicklungsstandort zu sein. Also Herbert Dies habe ich ja auch interessiert gelesen, hat ja gesagt, in Deutschland kann man nur noch Premium-Fahrzeuge verkaufen oder herstellen, bauen, das ist ja ganz wichtig, bauen, weil sonst der Deckungsbeitrag bei kleineren Fahrzeugen nicht ausreicht. Ich glaube, wir müssen schon gucken und das fand ich halt Luca de Meo von Renault relativ gut gesagt, wie ist eigentlich die Zusammenarbeit in der europäischen Automobilindustrie? Und da geht es nicht darum, wenn man das irgendwo sagt, dann willst du jetzt aus dem Volkswagen einen Renault machen. Nein, darum geht es gar nicht. Aber Komponenten, wenn man weiß, es gibt einen Umstieg von Verbrennern in Richtung E-Mobilität, was könnte man zum Beispiel zusammen machen an Verbrennungsmotoren und so weiter? Das ist in Japan übrigens passiert. Nur, also wo Toyota mit Nissan und anderen sich gesagt hat, okay, wir entwickeln den Verbrennungsmotor weiter, aber nicht jedes Unternehmen für sich, sondern wir gucken mal, wie wir da eine Zusammenarbeit gestalten können. Warum können wir das mit Stellantis, Volkswagen, da meine ich jetzt nicht Audi, sondern ich meine wirklich die Volkswagen-Gruppe Skoda, Sert, mit Renault und Stellantis, zu sagen, okay, was gibt es für Komponenten, die man zum Beispiel, das kostet ja alles Geld. Und das andere ist natürlich die Kapazität. Die Entwicklungskapazität ist ja teilweise auch abgezogen worden, ist ja teilweise gar nicht mehr da. Und wenn, sag ich mal, noch eine Abgasverschärfung kommen sollte, das wird ja ganz spannend. Und ich habe das ja selber bei den Truckern erlebt, als es dann darum ging, verschärfte Abgasnormen einzuführen, da haben wir damals schon bei MAN, ich war übrigens bei Tratum Personalvorstand und bei MAN zusammen, kein Thema. Aber da ging es ja dann darum, auch zu sagen, mit welchen Menschen soll man denn das machen? Weil die Motorenentwickler, die hat man schon transformiert, sagt man ja heute Neudeutsch. Also hat man tatsächlich umqualifiziert und in andere Bereiche gebracht. Und das ist übrigens auch dann ein politisches Thema, wenn man dann eine Linie, die man eigentlich vorgegeben hat, nicht mehr einhält, wie mit dem Thema Förderung von E-Autos, dass das natürlich dann auch zu Verwerfungen innerhalb des Unternehmens kommt. Also ist das ein Plädoyer für einen engeren Zusammenschluss der europäischen Autoindustrie? Würde ich sagen. Zumindest punktuell. Ich habe mit Luca de Meio selber darüber geredet, fand die Ansätze gut. Gibt es so ein Zwölf-Seiten-Papier, kann man googeln und kann sich das mal durchlesen. Das hatte er damals an alle Vorstandsvorsitzenden der europäischen Automobilindustrie und auch an alle Chefs der Länderchefs geschickt, also Präsidenten oder Bundeskanzler oder sonst irgendwas. Und die Resonanz, glaube ich, war nicht ganz so stark, wie er sich das erhofft hat. Naja, auch nach meinem Kenntnisstand ging es ja auch beim geplanten E-Auto-Modell von Volkswagen darum, zu kooperieren. Das hat der Volkswagen, meine ich, abgelehnt. Bei dem Einstiegsmodell. Da müssen Sie, fragen Sie bei Volkswagen nach, da kann ich nichts zu sagen. Ja, okay. Nochmal ein Schlenker zur Politik. Wie weit spielt das denn aus Ihrer Sicht eine Rolle? Mit meine ich jetzt das geplante Verbot oder Quasi-Verbot für die Verbrennermotoren. Das ist auf EU-Ebene von der deutschen Ursula von der Leyen durchgeboxt worden. Und jetzt kommt Ihre Heimatbasis, die CDU in Deutschland und sagt, wir müssen jetzt nochmal über das Verbrenner ausdiskutieren. Ist das nicht eine Katastrophe jetzt im Blick auf den Kunden, der ja irgendwann auch mal eine Sicherheit haben möchte und sich entscheiden möchte und vielleicht auch muss? Also wenn ich mir heute ein neues Auto kaufen würde, dann rede ich vom Zeitraum von bis 2035. Das heißt aber nicht, dass wenn ich ein Auto 2034 kaufe, einen Verbrenner, dass ich den nicht noch zehn Jahre fahren kann. Es werden ab 2035 keine Fahrzeuge mehr hergestellt mit Verbrennungsmotoren. Nein, ich sage es nur. Aber trotzdem wird ja die Diskussion immer wieder aufgemacht. Ja, ich gebe Ihnen ja recht, aber wenn das so wäre, dann würden die Kunden ja heute schon keine Verbrennerautos mehr kaufen, sondern würden sagen, ich kaufe mir ein E-Auto. Das machen sie ja auch nicht. Weil die sagen natürlich, dass sie sind noch... Die kaufen gar nichts im Moment. Kaufen weniger, aber die, die sie kaufen, das sieht man eigentlich bei allen, die, die sie kaufen, sind Verbrennungsfahrzeuge. Egal ob Diesel oder Benziner. Also der Rückgang bei den, kann man jetzt auch wieder sagen, ja, der Vergleichsmonat passt nicht, aber der Rückgang war bei den E-Autos am stärksten, am zweitstärksten beim Diesel und am geringsten war es beim normalen Benziner, also Verbrennungsfahrzeuge. Und das muss man ja einfach auch immer zur Kenntnis nehmen. Und das hat die Gründe, die wir am Anfang von vornherein diskutiert haben. Also Infrastruktur, Infrastruktur ist gar kein Problem. Macht sein. Aber, wie war das immer, Kollege von mir, der Wolfgang Schulz von der EG Metall hat damals immer gesagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja, ja. Ein ganz wichtiges Thema. Und wir müssen den Kunden davon überzeugen, dass das Thema E-Mobilität oder Hybride oder, sage ich mal, auch das, was die Politik anstrebt, dass das der richtige Weg ist. Solange der Kunde, kannst du natürlich sagen, wir verbieten die Verbrenner ab sofort. Also bei Volksbank darf ab morgen, oder überhaupt in der deutschen Automobilindustrie oder in Europa, darf ab morgen kein Auto mehr vom Band laufen mit Verbrennungsmotor. Das wird ja nicht passieren. Ja, es geht ja nicht darum, das sofort zu verbieten. Aber diese immer wieder aufkeimende Diskussion, die schürt doch auch eine Unsicherheit. Und ich behaupte mal, das hat ja nicht nur Folgen für den Kunden, sondern es hat vielleicht Folgen für diejenigen, Ja, klar, für die Automobilindustrie. Für die Industrie, aber auch für diejenigen, die in die Infrastruktur investieren. Und da gibt es ja noch genug zu tun. Das stimmt. Ladeinfrastruktur. Und wenn dann aber ständig gesagt wird, na ja, vielleicht schieben wir das doch nochmal raus oder wir müssen das Thema nochmal neu anfassen, würde ich mich ja als Investor dann auch mal ab einem gewissen Punkt würde ich mir sagen, nur warte erst mal ab. Und darunter leidet ja dann wieder das gesamte Thema E-Mobilität, weil dann weniger Ladesäulen und so weiter gebaut werden. Ladepunkte. Gebe ich Ihnen ja recht, deswegen sage ich ja, wir reden ja über einen Zeitraum von neun Jahren. Und die Diskussion jetzt zu führen, halte ich für absolut Blödsinn. Also weil, wie gesagt, ich könnte ja 2034 noch ein Verbrennungsauto zulassen. Aber ich glaube, das ist teilweise gar nicht in den Köpfen drin. Manchmal glaube ich auch, tut mir leid, ist das reiner Populismus, um Wahlergebnisse zu beeinflussen oder sonst irgendwas zu machen. Also für mich hat das nicht Hand und Fuß, 2035 ist in neun Jahren und dann beginnt das Verbrennerverbot und das heißt, dann dürfen keine mehr hergestellt werden. Und das ganze Thema, über alternative Kraftstoffe nachzudenken, die brauchen wir sowieso, glaube ich, wenn wir nach 2035 ja noch einen zweistelligen Millionenbestand an Verbrennungsfahrzeugen haben. Die laufen ja auch noch. Ja, wollte ich gerade sagen. Also wenn ich mal, also ich finde es eine, wenn Sie es gestatten so zu sagen, ich finde es eine Kindergartendiskussion, die ja größtenteils in der Politik darauf gemacht wird. Und das ist ja auch unabhängig von der Partei. Nee, das geht quer durch. Das geht quer durch, genau. Also Herr Söder muss sich dann immer überlegen, was er letzte Woche noch gesagt hat, damit er das, sage ich mal, dann in seine neue Diskussion oder zumindest in seine neuen Gedankenwelt dann wieder mit einbezieht. Herr Osterloh, nächste Woche beginnt die Tarifhandlung bei Volkswagen, ist um einen Monat vorgezogen. War der richtige Schritt, oder? Um schneller zu konkreten Ergebnissen zu kommen. Also ich glaube schon, ich wohne ja in Wolfsburg. Ich habe genügend Freunde und Bekannte, die bei Volkswagen arbeiten, aber auch in Salzgitter, also gerade jetzt so in dieser Region, wo ich ja viel unterwegs bin. Die Leute, die sind schon, die machen sich Sorgen. Die wollen schon wissen, wie geht es eigentlich weiter. Was heißt das? Ja, klar. Wenn der Vorstand sich hinstellt und sagt, wir sind mit 500.000 Fahrzeugen davon betroffen und eigentlich kannst du zwei Werke schließen und wir brauchen keine Auszubildenden. Zwei deutsche Werke. Zwei deutsche, ja, ja. Das verschärft ja das Ganze. Ja, ja, klar. Eigentlich brauchen wir auch keine Auszubildenden mehr. Ich meine, das ist ja auch, ich habe gerade so ein Artikel gelesen in der letzten Tarifrunde, wo ich noch stolz darauf war, dass wir das Thema Ausbildung bis 2025 verlängert haben und der Ausbildungsjahrgang, der ist ja jetzt eingestellt noch. Das würde ja bedeuten, ab nächstes Jahr 1.400 Ausbildungsplätze hier allein in Niedersachsen weniger zur Verfügung stehen. Ja, dass Glanz auf Null gedimmt wird, das glaube ich jetzt nicht. Aber das ist... Vielleicht hinterher auch keine Übernahme mehr. Ich weiß ja nicht, welche Vorstellung das Unternehmen hat. Aber das führt übrigens dann dazu, dass man sich überlegt, wenn die Personalsituation angespannt ist, das gilt übrigens für jedes Unternehmen, wenn die Personalsituation angespannt ist, mache ich da überhaupt noch eine Ausbildung? Ja, natürlich, ganz klar. Und was kriege ich dann überhaupt noch für Interessenten oder Interessenten für Ausbildung? Und gerade auch mit dem Thema Übernahme und Übernahmezusage, das ist ja auch nochmal ein Punkt, der, glaube ich, für viele Berufssteiter sehr wichtig ist. Und es gibt ja durchaus noch andere Branchen. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit Siemens hier in Braunschweig. Die wachsen ja enorm. Da geht es um das Thema Bahnautomatisierung. Hochattraktiv aus meiner Sicht. Digitalisierte Berufe. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass sich der eine oder die andere dann umentscheidet. Ist im Flächentarifvertrag ja übrigens auch so geregelt. Ich würde nur noch mal darauf hinweisen, das Thema der Übernahme, zumindest für die ersten sechs Monate. Und wenn die jungen Leute sich da größtenteils bewiesen haben, dann werden sie auch, ich weiß nicht, zu wie viel Prozent auch, also eine hohe zweistellige Prozentszahl auch übernommen. Das muss man deutlich sagen. Wobei ich natürlich nicht sage, dass ich das, wie wir es bei Volkswagen, da war ich ja auch mit für zuständig für Falschheit. Ich fand diese Übernahmegarantie immer vernünftig. Auch um Perspektive zu bieten. Ja, klar. Jetzt noch mal Ende nächster Woche beginnt die Tarifverhandlung am 25. Also es ist ja absehbar, dass es keine Standardtarifverhandlung wird. Glauben Sie, dass eine Lösung bis Weihnachten steht? Dass die Beschäftigten zum Jahresende wissen, woran sie sind? Das müssen die Parteien klären, die da verhandeln. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da bin ich, ich weiß nicht, was der Vorstand tatsächlich vorhat. Und ich glaube auch, dass die Arbeitnehmerseite eine eigene Strategie hat. Und da muss man mal abwarten, was da passiert. Also es bleibt damit auch aus Ihrer Sicht unruhig, unsicher für die Beschäftigten erst mal. Es wird also keine ganz schnellen Antworten geben. Und es wird also... Das würde mich wundern. Ich glaube, dass die Entfernung zwischen den beiden Parteien etwas größer ist. Ja, allerdings. Also wie gesagt, ich war 1994 selber dabei bei den Verhandlungen, damals noch als Vertrauenskörperleiter. Und dass das Ergebnis damals so zustande gekommen ist, das hat ja auch mehrere Wochen gedauert. Ich habe ja heute gerade so ein altes Flugblatt von 1993 gepostet. Und allein die Arbeitszeitumsetzung am Standort Wolfsburg, da war ich damals in der Arbeitszeitkommission, hat ja, glaube ich, vier oder fünf Monate gedauert, weil der ganze Standort dann auf die neuen Regelungen zugeschnitten werden musste. Das ist dann die Umsetzung. Aber erst mal geht es ja darum, jetzt ein Ergebnis zu haben. Also wie gesagt, da bin ich zu weit weg. Da müssen wir mit Herrn Gröger mal anladen oder Frau Cavallo. Aber wie gesagt, die haben eine Position, das Unternehmen hat eine Position, Ich glaube schon, man wird sich da einigen. Es ist nur die Frage, wie und auf welchem Niveau. Weil wie gesagt, ich bleibe dabei und das ist die Kernaussage, die ich in den letzten Wochen immer gemacht habe. Ich weiß, dass das nicht jeder gut findet, dass ich mich dann auch nochmal zu Wort melde. Aber ich glaube schon, die Situation ist ernst und das habe ich im letzten Jahr schon gesagt. bei Ihnen, bei Ihnen in der Zeitung und jetzt sind wir an dem Punkt, an dem wir sind und da kann ich einfach nur sagen, dass an beide Parteien natürlich auch, dass das, sage ich mal, im Interesse der Beschäftigten und des Unternehmens natürlich auch geregelt werden muss. Das ist ja klar. Ja, weil ohne Unternehmen gibt es auch keine Beschäftigung. Ja, das ist ja klar. Und so ein geflügelter Satz von mir, eine Kuh kannst du nur melken, wenn sie Milch gibt. Das heißt, ein Unternehmen kann natürlich auch nur, wenn es gut verdient, auch vernünftige Löhne zahlen. Das ist natürlich auch klar. Selbst erklärend, ja. Und deswegen ist natürlich, um auf den Punkt nochmal zu kommen, Frühjahrs des Volkswands gelungen, seinen Marktanteil zu steigern. Also wenn jetzt, wenn der Markt runterging, war Volkswands gegenläufig immer gegen die gesamte Konkurrenz im Endeffekt in der Lage, den Marktanteil zu steigern. Das ist nicht mehr ganz so einfach. Das ist nicht mehr so einfach. Und dann geht es natürlich auch um dieses Versprechen, was die Kunden, also die Kunden gucken Volkswands und sagen, seid ihr eigentlich noch das Unternehmen und ist das noch das Produkt, was es 2015 war, 2016, 17 war noch. Oder ist es jetzt anders? Da bleibe ich bei. Und das ist keine Werbeveranstaltung heute für den Volkswagen. Da bleibe ich bei. Wir sind da offen. Und wenn ich dann sage wir, weil ich natürlich auch VW-Rentner bin, wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben mit unserem neuen Designer bei Volkswagen, haben wir, sage ich mal, super Entwürfe, die auch 2026 auf den Markt kommen werden. und bis dahin muss man gucken, sage ich mal, dass der Weg vernünftig zwischen den Parteien im Endeffekt natürlich auch geebnet wird. Aber er wird lang und staubig sein. 2026 ist noch eine Weile hin. Das sind noch zwei Jahre. Aber wie gesagt, gucken Sie sich den Golf 50 Jahre an. Gucken Sie, also, weil er 50 Jahre alt ist, aber gucken Sie sich den neuen Golf an, gucken Sie sich doch den ID.7 an. Für mich, wie gesagt, das beste Elektrofahrzeug, was wir zurzeit im Unternehmen und im Konzern haben. Für mich kann man sagen, es gibt einen Audi Q6 oder so. Aber ich bin natürlich immer für ein Auto mit großem Kofferraum. Also Produktsubstanz haben wir. Und das muss der, wie gesagt, das muss der Kunde jetzt auch sehen, dass es da eine Veränderung gibt. Das ist ganz klar. Du musst den Markt anspringen. Ja, genau. Okay, Herr Osterloh, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Herr Schweiger, auch vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich hoffe, wie gesagt, ich wünsche den Parteien viel Erfolg in den Tarifverhandlungen und hoffe, dass wir da mit einem vernünftigen Ergebnis dann als Bewohner dieser Region rechnen können. Da können wir noch alle drauf hoffen. Ja, Dankeschön. Gut, ich danke. Gut, ich danke. Gut, ich danke.